Wir sind hier im Kerala Forest und machen so etwas wie ein Safari. Aber wir haben kein einziges wirkliches Tier gesehen. Einen Würfel am Wasser. Und sonst einfach ziemlich langweilige Bootsdurmen. Zur Sicherheit, bevor wir eine lange Weile ertrinken, habe ich einen schönen Besten angezogen. Okay, das ist jetzt das Realtempo dieses Boots. Und wir beschleunigen für euch, dass wir jetzt nicht die ganze Tour kommen müssen. Das Coolste an dieser Bootsdur sind die Affen am Hafen. Relativ aggressiv, da auch die Touristen wirklich die Getränke laufen. Für uns ist es relativ unterhaltsam, solange wir die Getränke in Höhegesicht abpacken. Das ist schon mal. Wir entdecken jetzt einen Gewürzkarten und schauen mal, was für Spices uns da anträgt. Die Princess of Spices ist das. Vanille Blumen. Hier bei Lemongrassen. Das sind Muskatnuss. Es sind die Momente, in denen man gerne Geschmäcker festhalten möchte. Wir stehen hier mitten im Gewürzladen und können in vielen verschiedenen Geschmäcker... ...und immer Zuckerli. Okay, sehen Sie gerne. Jockeyball. Wir schliessen diesen ereignislichen Tag mit einer Kampfkunstshow ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal.